Was ist Sand? Sand wird immer knapper und das thematisiere ich in meiner Arbeit in unterschiedlichsten Formaten. Einerseits gibt es quasi die Gründung einer Corporation, die Sandbank Corporation, die quasi im Außenraum des Kunsthauses installiert ist, als Bautafel mit einer zusätzlichen Möglichkeit der Sandbank, wo man auch Platz nehmen kann. Zu L2 der Arbeit ist ein Video, das im Foyer des Kunsthauses stattfindet, das auch die weltweiten Prozesse, Diskussionen des Phänomenes Sand diskutiert und zeigt. Vielen Dank.